Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir die Nachricht von Apache ActiveMQ wieder abholen und in einer weiteren Camel-Route verarbeiten. Das geht jetzt relativ einfach. Da wir die ActiveMQ-Komponente in Camel schon registriert haben, können wir einfach eine weitere Route definieren und schreiben from ActiveMQ Bestellung und verarbeiten dann die Nachricht weiter und schreiben einfach log body und geben damit die Nachricht auf der Kommandozeile wieder aus. Ich teste jetzt mal das Programm und wir sehen, dass die Nachricht hier ausgegeben wird. Das war es schon. So, warum macht man so etwas? Warum machen wir also diese Trennung dieser zwei Routen über ActiveMQ? Das kann zahlreiche Gründe haben, aber nur ein Beispiel dafür ist Threading. Und zwar wird diese obere Route hier in einem Thread ausgeführt und die untere Route hier in einem anderen Thread ausgeführt. Dass dem so ist, kann man relativ einfach demonstrieren. Und zwar tue ich jetzt mal so, als ob die weitere Verarbeitung der Nachricht hier unten relativ lange dauern würde. Das kann ich simulieren, indem ich hier ein Delay einbaue und einfach mal sage, zwei Sekunden lang wird diese Nachricht verarbeitet. Und hier schreibe ich rein Verarbeitung Beginn und gebe hier mal Header Ziel aus, denn dieser Header wurde ja uns von ActiveMQ übergeben. Und am Ende gebe ich Verarbeitung Ende aus und auch nochmal Header Ziel. So, und wenn ich jetzt zwei Nachrichten schnell hintereinander an die Queue schicke und jetzt das Programm nochmal neu starte, dann sehen wir, dass die Nachrichten hier unten hintereinander verarbeitet wurden. Wir sehen hier die zweite Nachricht Beginn, Ende und davor die erste Nachricht Beginn und Ende. Das heißt, die Nachrichten wurden hier sequenziell abgearbeitet und das heißt, die hintere Verarbeitung fand in einem Thread statt. Und das ist jetzt einer der Benefits. Das zu ändern, ist wahnsinnig einfach. Ich kann nämlich zum Beispiel hier einfach Concurrent Consumers gleich zwei schreiben. Wenn ich das mache, dann bedeutet das, dass der hintere Teil, also die hintere Route, potenziell in zwei Threads abgearbeitet wird. Und das heißt, wenn in der Queue zu viele Bestellungen auflaufen, als dass sie durch einen Thread gearbeitet werden können, dann werden eben wirklich beide Threads verwendet. Das können wir uns gerade mal anschauen. Und wir sehen hier, dass wir jetzt hier zweimal Verarbeitung Ende sehen, direkt hintereinander, ohne ein Verarbeitung Beginn dazwischen. Und das heißt eben genau, die Verarbeitung der Nachrichten durch dieses jetzt lange dauernde Schlafen von zwei Sekunden hat tatsächlich parallel stattgefunden. Ja, und das, sage ich mal, in existierende Programme einzubauen, das ist in Camel so einfach wie diesen Parameter hier setzen. Aber wenn man nicht Camel verwendet, sondern, sage ich mal, existierenden Spaghetti-Code refactoren muss, dann ist das zum Teil erheblich mehr Arbeit. Und hier zeigt sich ganz klar einer der Vorteile von Apache Camel. Ja, das war's und bis zum nächsten Mal.